Andreas Gabalier und Silvia Schneider, getrennte Wege. Schock im Urlaub seit 2013 sind Andreas Gabalier und Silvia Schneider liiert. Doch jetzt hört man nichts Gutes von dem Paar. Nur selten gewähren Andreas Gabalier, 34, und seine Freundin Silvia Schneider, 36, Einblicke in ihr Privatleben. Wir machen das ganz bewusst so, versucht die Designerin gegenüber neue Post zu erklären. Es gibt innerhalb eines Jahres immer nur einen Termin, an dem wir uns in der Öffentlichkeit zeigen, liegt sie selbstbewusst. Jetzt will die Zeitschrift erfahren haben, dass das Paar im März nicht mehr zusammen in den Urlaub fährt. Silvia verreist ohne Andreas Gabalier sind sie schon längst kein Paar mehr? Oder wieso trennen sie sich? Ich reise jedes Jahr einmal allein nach Asien. Ich arbeite dort, mache Fotoshootings, gehe tauchen und besuche ein Yoga-Retreat, schildert sie ihren Single-Ausflug. Und fügt noch hinzu, ich mache das immer allein, weil ich keinen anderen Menschen damit belasten will. Keinen anderen Menschen damit belasten? Sollte die Urlaubszeit nicht die schönste Zeit des Jahres mit dem Partner sein? Und das war auch mal anders. Denn Andreas Gabalier schwärmte gegenüber neue Post, seit Jahren fahren Silvia und ich zusammen nach Venedig. Gibt es diese gemeinsame Auszeit in der Stadt der Liebe nicht mehr? So wie es auch ihre Beziehung nicht mehr gibt? Bis zum nächsten Mal. .